Objekt überprüft. Keine besonderen Vorkommnisse. Over. Tut mir leid, Sie können da nicht reingehen. Aber warum nicht? Wir sind Freunde Skellens. Hören Sie, niemand hat... Bring ihn mit rein! Scheiße! Wir sind sie! Sie haben den Posten überwältigt und sind in Skellens Haus. Stell dich nicht so an, du dumme Kuh! Was haben Sie vor? Na komm, du Flasche! Rück mal deine Handschellen raus! Ja, komm schon, Meg! Los, runter mit ihm! Los, los, beeil dich! Mach schon, Mann! Stell dich nicht so an! Zeig mal deine Pfoten aus! Oh, mein Kleines! Sag, deinem Balken soll das Geburt abstellen! Und sagen Sie mir, was Sie wollen! Nimm dein Kind und setz dich in den Sessel dort! Solltest du mir Schwierigkeiten machen, dann töt ich euch! Euch beide! Pass auf! Gut, dass Sie da sind! Aufpassen! Reise! Reise! Guten Abend, Sir! Polizei! Ja, was ist? Wir haben da ein kleines Problem. Dürfen wir vielleicht zu Ihnen reinkommen? Was für ein Problem? Wenn Sie uns reinlassen, werde ich Ihnen alles erzählen. Gut, kommen Sie. Danke vielmals. Ist sonst noch jemand im Haus, Sir? Nein, ich bin im Moment allein. Meine Frau ist verheist. Sie besucht ihre Schwester. Wieso? Warum? Ein süßes Baby! Du hältst die Klappe, klar? Wie heißt der Knabe denn? Samantha. Ich sagte, du sollst die Klappe halten. Keine Unterhaltung. Ist das jetzt endlich klar? Ja, Sir. Sie dürfen ganz unbesorgt sein. Meg, stell den Typ ab! Es wird alles gut. Es wird alles gut. Wir sind hier hereingekommen und stehen jetzt hier. Es muss diese Wand dort sein. Also sehen wir uns das mal an, Jungs. In Ordnung. Sie haben den Fernseher an. Gut. Können wir etwas Musik haben, Mr. Martin? Und schön laut. Und schön laut.